Wie investieren? In Aktien, Obligationen, Devisen oder Rohstoffe? Wer sich auf die Meinungen von Analysten verlässt, kommt in der Regel zu spät. Wer sich hingegen auf das System von Worldwide Equity Research verlässt, liegt bei Wahl und Timing richtig. Denn das System von Worldwide Equity Research, kurz WEHR, misst täglich die Bewegungen von über 40'000 Titten aller Anlageklassen, ob Aktien, Obligationen, Devisen oder Rohstoffe, und strukturiert sie nach elf Signalen. Neben der soliden Fundamentalanalyse halten wir den technisch-quantitativen Ansatz für unverzichtbar für erfolgreiche Börsenentscheidungen. Die WEHR AG hat dazu ein sehr dichtes, sehr umfangreiches und in seiner Qualität bisher unerreichtes System entwickelt. Diese Daten werden permanent aktualisiert. So erfahren Sie zeigerecht, welche Titel die grössten Kurschancen haben und ab wann Gefahr droht. Das quantitativ-technische System von WEHR geht deshalb weit über die übliche Chartanalyse hinaus. Die quantitativ-technische Methode berücksichtigt im Wesentlichen die Psychologie der Marktteilnehmer. Das heisst, die Marktteilnehmer werden zum Beispiel angeregt, bei steigenden Kursen zu kaufen oder bei fallenden Kursen zu verkaufen. Wie dies neue Spitzen erzeugt, spricht man dann von Trends. Diese Trends können wir im WEHR-System genau messen und können sie in Statistiken bzw. bei Einzelsignalen bewerten. So hat das WEHR-System in Dezember 2007 einen starken Kursrückgang signalisiert, der sich in den folgenden Monaten bewahrheitet hat. Das WEHR-System unterhält umfangreiche Statistiken und eine der übergelagene Statistiken ist das Long-Short-Ratio. In diesem Long-Short-Ratio hatten wir bereits im November einen Crossover, so nennen wir das. Dieser Crossover manifestierte oder gab für uns das Signal für einen Bärmarkt. Das System von WEHR verfügt über eine so grosse Tiefe, dass Sie nach eigenen Präferenzen recherchieren können. Mit wenigen Klicks erfahren Sie, welche Titel aufgrund der täglichen Messungen über die besten Kurschancen verfügen. Mit WEHR können Sie immer verdienen, ob die Kurse steigen oder fallen. So können Sie agieren, bevor die Märkte reagieren. WEHR – das System zu Ihrem Börsenerfolg. miimere Kursst. Vielen Dank.